Heyo Freunde, da bin ich wieder und das Game ist gecrashed irgendwie. Ach ja, ich war noch was am saufen, ich muss noch was saufen. Ich liebe Red Wasser. Kann ich hier schon trinken? Jawohl, da muss ich ins Red-Suppel da reinlaufen. Noch eins. So. Das Game ist gecrashed und somit musste ich... Das Geld habe ich ja gespeichert, also. Ich mache immer regelmäßig schnell speichern, deswegen. Ancourage war... Was? War Memorial. Das Kriegsdenkmal. Hier ist gecrashed. Nein, jetzt nicht. Wahrscheinlich doch da liegen, dass ich immer hin und... Wow. Schock fürs Leben, Alter. Aber ich habe nichts verkrüppelt, ich bin auch weggekommen. Das ging echt nochmal gut, ey. Ich sollte aufhören, in solchen Gegenden einfach loszulaufen, bin irrer. Mein Baseballschläger ist fast kaputt, fällt mir gerade auf. Ich nehme es doch den Besten noch. Habe ich ja den Schlechteren genommen. Geil. Boah, schaut euch das mal an. Richtig geil gemacht. Also, ich finde das Spiel ist so richtig geil. Was hier denn? Memorial Anlage. Ja, ich gucke mal später. Wir müssen erst mal die Quest machen. Das mache ich so wie letztes Mal. Upsa. Ich habe Angst. Ach, apropos. Danke an... Äh... Weiß nicht mehr genau, wer das war. Auf jeden Fall war das hier. Das Licht anmachen mit Pit-Boy-Taste. So. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß... Irgend... Aua, hat ihn oben drauf getreten. Was? Was? Was denn? Ich sehe nichts. Öh, da spuckt wer. Was ist das? Dead Space. Okay. Was ist denn Mikromovs? Waaah. Hört das auf. Kotzt die bis hierhin, oder was? Alter, kotzt mal. Hier haben das Auto... Wow. 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 Dass man jetzt hier was mitmacht, ey. Jetzt haben wir schöne Aufnahmen bekommen, ne? Hey, Sack. Was machst du hier? Alter, was wackelst du so? Was ist los? Was haben sie gesehen? Ich sehe Leben. Leben ist zurückgekehrt zu den Wästen. Der große Erste bringt ihn zu uns. Ja, erlaubt mit mir weiter. Hallo. Ich bin hier. Oh. Hä? Du bist... Hä? Wird ihn weggesnipet, hä? Was denn jetzt passiert, Alter? Komm mal mit. Du bist nicht mehr normal, du Typ. Komm mit mir. Das lasse ich doch nicht mit mir durchgehen, ey. Erst sowas so hier... Wir sagen, boah, der große Herrscher. Jetzt spielst du tot, oder was? Ja, guck mal her, Alter. Nix da. Ich zeig dir gleich, wer tot ist. Komm, schön mit. Komm, schön mit. Ja. Über die Schwelle. Komm. So. Ein bisschen noch nach da. Guck mal den Bauch an. Das ist voll verkuppelter Typ. Ah. Ey, warum hast du denn getroffen, Jugo? Du bist mich am verarschen, ne? Komm her. Gibt es schon... Red Wasser? Was sich so einem Ghoul machen lässt? Wem du so lange drum bist? Nein, nicht runterfallen. Jetzt. Tschö. Das wollte ich hören. So. Jetzt gucken wir uns mal die Notiz von ihm an. Data... Notizen. Rütland-Kaufmann-Notiz. Hm, Protokoll der Händler-Karawane. Morgen müsste ich den grünen Berg erreichen. Vielleicht sind die Menschen dort... Äh, komisch, aber egal. Sie tauschen toll... Tiole-Sachen gegen Waffen und Munition ein. Also gibt es da nicht so klar. Als ich das letzte Mal dort war, meinten die, der große Herrscher wolle mit mir sprechen. Ich soll ihren selbstgemachten Stoff trinken und bei irgendeiner Zerung nie mitmachen. Wahrscheinlich, dass ich mich dieses Mal breitschlagen. Ich habe schon lange keinen guten Drink mehr gemacht. Und ich bin... ...und zahlt man einen Tag voran. Also war das dieser komische Drink, der den so... ...machen lassen hat. Und dann wurde wer getroffen. Von einem... ...zeremoniellen... ...Wannabe-Sperr. ...der irgendwie Voodoo-Puppe getroffen hat. Ich will es euch mal... Es regnet. Nicht. Ich muss hier runter. Okay. Hässlich hier. Bezieh mir nicht, hässlich hier. Äh, voll ins Wasser geplumpst da. Lauwarme Abwasserrohrer. Komm ja eh mal aufs Rappen. So lange reisen, nur für Marlboro-Flocken, ey. Ich habe einen... ...Computer-Stick. Alter, wie kommt ihr überhaupt hier rein? Boah, ist das geil. Nächster. Ah. Ba-da-ba-ba-ba. Ich liebe es. Oh, das ist echt geil. Ja klar, die plödern hier auch alles leer, ne. Ist klar. Die können durch Türen gehen. Sachen plödern, was? Das wird ein Viecher, ey. Mülltonnen anzünden. Durchschnittlich. 50. 50. Wissenschaft auf 50. Wie viel habe ich das? Puh. Ich bin nicht mal auf 25, ey. Komm her, du Marlboro-Rat-Tab-Docke sehen. Ja, guck mal. Zwei Hits, ne? Das ist so geil. Leckzeugkasten. Altmetall-Runderkleber-Grenzer-Modul. Ich kann wieder alles mitnehmen. Aus so einem komischen... Ja. Oh! Wow, 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 wow. Boah, bin ich erschrocken, ey. Ich wollte mir so die Mauersratte angucken. Kann man hier irgendwie abschalten? Da oben? Komm her, Marlboro-Rat-Tab-Docke. Hätt's mal lieber nicht gemacht, ne? Gegen Mauersratten kämpfen kann, ne? Ich hab mein super Memory-Stick. Komm, machen wir die Tür zu. Damit ich auch nicht immer wieder verlaufe, wenn ich da rein muss. So. Okay, da oben. Komm auf. Maulwurst-Latte. Da, la, la, la. Guck mal, die hier liegen. Paarungssaal. Da ist noch ne Tür. Geht nie ab. Ist hier nix mehr. Ist das echt nur für... ...komisch Mauersratten zu töten, diese Gegend hier. Bin ich vor allem cool. Da ist die Tower. Tower seid geschützt. So dreht sich das auf einmal um. Ah! Ah, Mist. Ich will da lang. Lauf, 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 lauf. Hier war ich schon. Wofür reinzuschießen, ey? Hier drinnen ist... Wie haben wir das früher bei, bei, ähm... Fangspielen? Hole oder so. Hole. Hier ist Hole. Hier darfst du mich nicht. Was ist da dran? Ich dachte, das wäre ein Loch. Bevor der mich angreift. Äh. Zwei Stampacksöffnung. Ah! Du bist ein Loch. Oh! Kuck Ass! Oh! 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 Du Penner! Da waren Minen. Arschloch, Alter. Ich lauf da so einfach rein. Mann. Mir habe ich jetzt voll viele Stimpacks verloren, ey. Naja, dafür hast du dann... Oh! Mine! So. Dafür hast du dein Leben verloren. Und Gliedmassen. Kampfflinte. Rocks als Schlüssel? Das war ein Boss. So ein Typ mit Namen. Hehe. Er hatte keine Beine mehr. Hier, geh mal Minen entschärfen. Los, Fuß! Hau... Warte. Hau... Ruck! Ah ja. Was ist der andere? Da. Hallo. Kannst du nicht Gliedmassen werfen? Das ist eine neue Olympiade... Olympiadische... Spiel... Scheiße. Fußweit war oft. Wuuuuh... Wuuuuh... Ach egal, nehme ich halt auf. Danke. Danke. Das ist auch noch eine. Sind so mehrere noch. Danke. Danke. Ich hab die Minen echt nicht gesehen, ey. Danke. Ich hab einen Schlüssel bekommen. Hier muss ja irgendwo... Irgendwie so eine... Festung sein. Wow. Ich dachte schon, die wären scharf gewesen. Ist der, ist das? Kann man das ausmachen? Ne. Vielleicht mit Gegenschlagen, aber... Ist mir egal. Radar. Ach, er nimmt die Lunchbox aus, ey. Boah, ich bin da gar nicht an, aber auch voll viel wert, ey. Okay, jetzt hab ich schon gesehen. Ah! Geh ab. Aber ich muss null Schaden machen, den Ding. Oh, wie krass. Arschloch, ey. Könnte mit seiner Schrotflinte an, ey. Okay. Ah, jetzt hast du keine Waffen mehr. Jetzt hab ich nämlich aufgenommen. Da muss ich ein Messer ziehen, ne? Na, kaputt, hab ich keine Chance, gähmich. Komm, stich. Bam. Bam. Oh. 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 Ich hätte eins essen, Alter. Wixer. Meinte mich hier anzumachen, ey. Kronkorb, ich hol ein paar Trinkmesser. Blasmaster-Rostung. Tänz hab ich, das hab ich voll... ...genutzt, mein Freund. Hm, lecker. Besser als Stim-Pack zu benutzen. Danke. Gucken. Stim-Pack. Ich weiß schon, wie die Dinger aussehen. Ich brauch gar nicht mehr zu lesen. Voll cool. So, was war hier? So, einfach mal nichts. Nur so... ...Pixelblätter. Hey, Amateur-Funkbox. Die haben wahrscheinlich von hier irgendwie gesendet oder sowas. So, hey, Raider. An alle Raider der Welt. Let's get the fuck out of here. Ach, ich hab schon gar nicht untersucht. Bisschen artkisch. So, Kleidung. Ah, ich liebe die Raider-Rostungen. Die kann man halt nur mit den anderen Raider-Rostungen zusammen aufwerten. Kampflinte. Jawohl. Sprinkmesser hab ich aufgenommen. Warum das denn? Ich hab wieder den schlechten Baseball-Schläger genommen. So, wir machen geradeaus. Kampflinte. Also, eine Art Quartier hier, ne? Rasenmähermesser. Boah, wie kann ich das nicht machen? Das ist nämlich mit... ...Kütteln. Alles. Milch. Milch. Kaffee. Druckkochtopf. Metallkopf. Äh, Topfkoch. Nicht Kochtopf. Ne, Koch. Ah, Kochtopf, Mann. Metallkiste. Ich hab auch schon mich auch noch. Egal. Leer. Handsafe. Schlüssel. Ja, wenn man umsonst was bekommt, nehmen wir noch alles mit. Da gibt es keine King-Karlösten hier. Boah, Wodka. Whisky. Staubsauger. Ich pisse mich. Boah, Waffenschrank. Nein, jeder Gott, der Scheiße. Die nehm ich mit. Das nehm ich mit. Metallkiste. Wunderkleberstange. Zieger. Gewicht 5 wäre 2. Ne, ansonsten ist hier nichts. Was ist das denn? Steinhartes Fallobst. So, das Fallout heißen. Komm, du tust mal das B und das S weg. Kommt da Fallout raus. Egal, nimm uns mit. Das Fallout-Obst. So. Hier, man, ist eben nur was explodiert. Das Ding ist explodiert. Kann das sein? Hitler, kann das sein? Eins. Meins. Meins. Das ist eine Maurofsratte. Rapunzel, Rapunzel. Was denn? Er ist wieder ein Gegner. Das ist eine Ratte, glaube ich. Ich lasse dich freien. Mein Haustier. Wo ist denn? Get the fuck over here. Ah, ich kann mich darin verschanzen. Gibt das Pip-Bullicht noch an? Jo. Bist du böse? Bist ein Raider. Ich hole rüber Aero-Waffen aus von uns. Wir haben ja so viele. Die kannst du apparieren. Abgesäckte Schrotflinte macht 23 Jahren. Kampfflinte 28 Jahren. Sturmgewehr. Mach ich mir jetzt die Kampfflinte. Komm her ganz nah ran. Das wird echt gut enden. Boah, was ist das für eine Waffe, ey. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Schlüssel, haha. Das ist eine komische Typen getötet, ey. Schreibmaschine. Pumpl, pumpl, pumpl. Kromkroppen. Schlüssel verwenden. Persönliche Truhe. Power-Faust. Yeah. Der Schlüssel ist gut. Schreibmaschine. Schreibmaschine. thematres.